Hallo zusammen, mich hier ist für Deutsche Lounge, für euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir hier in Patch 10.2 erspielen können. Und den finden wir einmal unter Quests und dann Dragonflight. Und hier haben wir dann das Achievement Gefieder der Freunde. Und für diesen müssen wir folgendes machen. Rettet die folgenden Mondkindküken während der Quest in den Krallen der Furcht im Wirbelschwingenbecken. Und da befinden wir uns gerade auch, Wirbelschwingenbecken. Und diese Quest, die hier quasi genannt wird, ist eine Worldquest, also keine normale Quest. Heißt, ihr müsst warten, bis die bei euch am Start ist. Bei mir ist die heute gerade da. Die heißt jetzt aber hier komischerweise Beklemmende Klauen. Also ein bisschen anders, aber das scheint die Quest zu sein. Und was müssen wir dafür machen? Wir müssen sechs Mondkindküken retten und zwölf Schößlinge. Wir haben jetzt verschiedene Optionen. Option 1 ist, wir retten die sechs von diesen Küken, warten, bis die Quest wieder ab ist, retten wieder sechs und so weiter. Das könnt ihr machen. Ihr könnt nämlich während der Worldquest nur sechs mitnehmen. Ihr könnt es auf verschiedenen Twinks machen. Also mit dem ersten Twink die ersten sechs retten, auf dem zweiten die zweiten und so weiter. Also einfach ein bisschen durchloggen. Oder ihr macht den Trick, den man bei sowas immer machen kann. Worldquest wird nicht im Raid abgeschlossen. Heißt, ihr ladet irgendwen ein. Ich habe jetzt hier mal einen zweiten Account eingeladen. Dann geht ihr unter Schlachtzug. Und solange ihr im Schlachtzug seid und die Typen quasi anklickt oder diese Mondkind duzt, dann wird das hier nicht gezählt für die Worldquest. Und ihr könnt alle anklicken. Oder es müsste zumindest funktionieren. Dafür gibt es dann auch ein Haustier als Belohnung. Und ich würde sagen, wir tigern mal los. Ich habe mir da schon ein Makro aus www.head rausgesucht. Die klicken wir jetzt mal alle durch. Und dann müssten ein paar Punkte auf der Map entstehen. Ihr seht, das sind einige. Und ich würde sagen, die klappern wir jetzt einfach ab. Schauen, wo die alle sind. Und ich mache es jetzt mal so, dass ich nicht bei jedem die Koordinaten nenne. Ich denke mal, es macht keinen Sinn, weil die sind wirklich sehr nahe beieinander. Und ich werde die einfach abflattern. Ich denke mal, das müsste man dann sehen. Weil sonst ist das halbe Video nur aus Koordinaten, die zwei Meter weiter sind. Ich denke mal, das ist nicht zielführend. Gut, dann würde ich sagen, also ich sage jetzt mal die Koordinaten, wo wir sind. Wir sind jetzt etwa bei 37, 65. Und hier in dem ganzen Bereich sind die. Und ich würde sagen, die klappern wir alle einmal ab. So, der erste, der müsste irgendwo hier unter mir sein oder über mir. Okay, hier finde ich schon mal keinen. Also den schieben wir mal nach hinten. Einen habe ich vorhin schon gesehen. Den haben wir hier in der Höhle drin. Also hier haben wir einen Höhleneingang unter dem Baum. Und da haben wir Gänse klein oder wie man den auch immer ausspricht. Wenn er den anklickt, dann zählt er hier nicht für die World Quest, aber wie ihr seht, für das Achievement. Ich kann ihn anscheinend auch nochmal anklicken. Also ist alles kein Problem, wenn ich dann die World Quest auch abschließen will. Gut, also da haben wir den ersten. Da seht ihr, kleiner, süßer Mohnkin. Dann schauen wir mal, da hinten müsste direkt der nächste sein. Hier ist nämlich wieder ein Eingang zu einer Höhle. Und da haben wir den da hinten drin. Miep heißt der. Den klicken wir jetzt auch mal an. Schauen wir mal, ob er gezählt hat. Genau, Miep hat auch gezählt. Dann laufen wir mal weiter. Jetzt schauen wir mal, dass wir aus dem Combat rauskommen. Oder auch nicht. Müssen wir die leider doch weghauen. Okay, jetzt gucken wir mal. Der nächste müsste ein paar Meter weg sein. Der heißt auch Miep. Aber mit anscheinend Doppel-E-A. Nee, das ist wahrscheinlich einfach nur die englische Version. Ich habe mir da die englischen Namen rausgesucht. Müssen wir nochmal reingehen, dass der quasi aus der Liste rausfliegt. Dass wir quasi auf dem Spot waren. Okay, haben wir den auch. Ach, da hinten haben wir nochmal einen Wohnstrahl, heißt der. Den klicken wir auch an. Also in derselben Höhle. Schauen wir mal. Gut, Mondstrahl haben wir auch eingetütet. Dann müssten da hinten noch ein paar sein. Ah, seht ihr, hier haben wir schon die nächste Höhle. Und hier haben wir Gakka drin. Und da hinten ist noch einer. Krechzi haben wir da auch noch. Okay, dann haben wir schon mal Fünfe. Ist natürlich jetzt immer ein bisschen nervig. Hier sind doch einige Gegner. Für die World Quest braucht ihr die auch. Also zumindest die Schoßlinge. Komischerweise, ich hatte die auch schon für eine andere World Quest. Da musste man die, glaube ich, halb runterhauen und dann so ein Item einsetzen. Also anscheinend verwurrschte Blizzard dieselben Mobs für quasi mehrere Geschichten. Dann schauen wir mal weiter. Also die sieht man anscheinend auch auf der Map, sehe ich gerade. Also da könnt ihr euch mit auch helfen. Das habe ich jetzt vorher gar nicht gesehen. So, dann haben wir jetzt hier die nächste Höhle. Also hier sind wir jetzt direkt neben dem World Quest Symbol. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich die auf dem Stealth anklicken kann. Erdnuss haben wir da. Ah, es geht leider nicht im Stealth. Dann fliegt man raus. Aber ich kann zumindest vielleicht an den Mobs ein bisschen vorbeistelfen. Dann müssen wir nicht arg so viele machen. Also ich muss gucken, dass der auch, Peanut, dass das auch weg ist auf der Map. Sonst wird es ein bisschen unübersichtlich. So, jetzt gucken wir mal, wo der nächste ist. Da hinten sollten noch welche sein. Ah, da haben wir die nächste Höhle. Und hier haben wir jetzt Queechi einmal drin. Okay, den Rare machen wir jetzt nicht. Also Queechi, den können wir auch noch anklicken. Hier gibt es anscheinend mehrere Eingänge, wie ihr seht. Also da sind drei Eingänge sogar zu der Höhle. Kille, Kille haben wir da. Also die haben einen Namen. Da hat sich Blizzard schon was einfallen lassen. Okay, das ist anscheinend der zweite. Und dann haben wir hier hinten noch einen. Lügelirr oder irgendwie so. Haben wir auch eingetütet. Okay, jetzt brauchen wir noch sechs, sieben, acht, neune. Dann müsste hier noch irgendwo einer sein. Eulinger heißt der. Der ist direkt an dem Baum dran. Also jetzt gucken wir hier wieder auf die Map. Da haben wir einen Eulinger. Hat das geklappt? Ja, den haben wir auch. Dann einmal hinter dem Baum müsste auch noch irgendwo einer sein. Ah, genau, da haben wir Hops. Dann haben wir hier noch eine Höhle. Das ist jetzt eine andere, oder? Wir sind vorhin da hinten rausgekommen. Komm, ja, das ist eine andere Höhle. Wir gucken es nochmal auf der Map. Hier ist quasi der kleine Höhleneingang. Da haben wir Hufel oder so ähnlich. Ah, Mist, den habe ich doch geedit. Okay, dann einmal hinten durch. Hier ist, glaube ich, auch ein Rare drin. Oder kann ein Rare drin sein für eine Druid-Gestalt. Den habe ich schon das eine oder andere mal umgehauen. Bis jetzt leider nicht gekriegt. Dann haben wir da noch Schlummers drin. So, jetzt sind es auch nur noch Fünfe. Jetzt gucken wir mal, wo die letzten sind. Die müssten alle da hinten sein. Einen habe ich vorhin irgendwie verpasst, glaube ich. Also da müssen wir jetzt dann gleich nochmal schauen, wo der ist. Theoretisch könnte ich jetzt sogar auch hergehen und das Ding ausmachen. Dann können wir die nämlich gleich mitnehmen für die World-Quest. So, jetzt schauen wir aber erstmal noch die vier, die mir angezeigt werden. Einer war in der Mitte, wo ich angefangen habe. Vielleicht ist der auch irgendwo oben oder so. Da muss ich mal nochmal gucken. Die Zerstörung im Norden hat viele Wildtiere vertrieben. Könnt ihr untersuchen, wie sie in den neuen Lebensräumen klarkommen? Ah, guck mal, da oben haben wir noch einen. Rumpieps heißt der. Also der sitzt da quasi auf so einem Ast drauf. Und dann haben wir da hinten noch einen stehen. Kurz haben wir hier. Nur ein paar Meter weiter. Dann gucken wir mal, da hinten müsste noch einer in einer Höhle drin sein. Der Eugen. So, und jetzt brauchen wir noch drei Stück, die ich irgendwie nicht... Den Schnabel bräuchten wir noch. Fusi bräuchten wir noch. Muss ich mal gucken, wo ich die habe. Okay, das ist nochmal eine andere World-Quest. Gut, ich würde sagen, ich suche die jetzt mal ein bisschen und dann schalten... Ah, Schnabel haben wir hier unten. Ah, der fliegt hier hin und her in der Mitte. Okay, und dann brauche ich bloß noch Fusi. Jetzt gucke ich mal. So, und ein paar Meter weiter habe ich ihn jetzt gefunden. Der war hier oben. Jetzt sagen wir doch mal die Kolonaten 38, 69. Und dort haben wir den Fusi. Da ist der. Weiß nicht, ich bin anscheinend drüber geflogen und habe ihn dann irgendwie blöd übersehen. Aber das hat jetzt auch wunderbar geklappt. Jetzt gibt es dann auch noch ein Pet. Ich habe das auch anscheinend gleich gelernt. Das gucken wir uns jetzt auch noch an. Blau-Blue heißt das. Das ist dieses schicke kleine Mondbär. Ich, Moment, jetzt gucken wir uns das. Ja, wohl, ich glaube, da oben sehen wir uns besser. Im Gras sind wir ein bisschen schwierig. Da gibt es ja auch Bärengestalten, an denen ich aktuell auch schon dran bin. Die zu holen, manche ein bisschen schwieriger und seltener bei den ein oder anderen Rares. Und ja, mal gucken. Da kommt auch demnächst noch ein Video. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Achievement-Guide. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Chela. Bis dahin. Ciao.